Und da ich ja jetzt mit der Vergangenheit abgeschlossen habe, gucke ich immer positiv in die Zukunft. Beginnt Iris Klein ihre Instagram-Story. Was sie mit Vergangenheit meint, eindeutig das Afferendrama ihres Noch-Ehemanns Peter Klein mit Moderatorin Yvonne Wölke, das mittlerweile in einen echten Rosenkrieg ausgeartet ist und bizarre Züge annimmt. So behauptet Yvonne jüngst gegenüber Bild.de, Iris habe ihr eine Sprachnachricht geschickt, in der sie davon spricht, mit Peter Klein intim gewesen zu sein. Zur Untermauerung ihrer Aussage soll die Mutter von Daniela Katzenberger ein Nacktfoto hinterhergeschickt haben, das Iris angezogen und Peter nackt im Bad zeige. Nun bezieht die 55-Jährige via Instagram Stellung zu der Thematik. Und zur Info, ich habe nie und werde nie irgendwelche Nacktfotos von mir oder anderen versenden, das ist gelogen. Es war ein Handtuch drum. Yvonne Wölkes Geschichte stimmt demnach nur zum Teil. Dass sie die bizarre Sprachnachricht inklusive Sexbehauptung an Yvonne geschickt hat, streitet Iris bisher allerdings nicht ab.